Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Instagram Konto deaktivieren könnt. Dafür geht ihr einmal auf euer Profil und drückt nun einmal oben rechts auf die drei Punkte. Danach drückt ihr einmal auf Einstellungen und Privatsphäre. Drückt nun einmal oben auf die Kundenübersicht. Drückt nun einmal auf den Punkt Persönliche Informationen. Dann auf den dritten Punkt Kontoinhaberschaft und Einstellungen. Deaktivieren oder löschen. Dann wählt ihr einmal euer Profil aus. Drückt nun einmal auf den ersten Punkt Konto deaktivieren und drückt nun einmal auf Weiter. Nun müsst ihr hier einmal euer Passwort eingeben. Nachdem ihr das gemacht habt, habt ihr den Account erfolgreich deaktiviert. Ich würde mich über ein Live- und Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.